Yo, hallo alle miteinander. Willkommen zurück bei Minecraft Time. Ich bin Nobody Zockt. Und ab geht's. Wie ihr sehen könnt, ich habe da mal was... Nein, weggeschmissen. Vorbereitet, wollte ich sagen. Ja, und ein Zombie hat sich mit mir angelegt. Denn ich möchte in den Netter gehen und mal Kobalt abbauen. Ich hatte mir schon mal einen Hammer, wie ihr sehen könnt, auch gebastelt. Der recht effektiv ist. Nur den muss ich auch bald wieder reparieren. Genau, danke, dass ihr den Eingang bewacht. Klasse Team. Ich habe hier Draconium gefunden. Ja, ich kann es abbauen. Ich kann es abbauen. Nice. Machen wir mal hier frei. Mit dem Teil geht das schnell. Super-Dream-Team. Ruhe. Hm. Jo. 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 Ich kann mich nicht beschweren. Hui. Hohoho. Yippie. Wir werden niemals darüber sprechen. Niemals. Gut, weiter. Äh, stimmt. Hier war ja nix draußen. Komm, dafür ist der Idiot. Dup, 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 dup. Geh weg. Ne, ne, ne. Jo, grunds. Geh weg, das ist alles mein. Oh, genau. Junge, du grunst laut. Genau, jo. Jippie. Genau, das ist alles meins. Ja, alles ist gut. Ich bock mir das mal aus für längere Zeit. Dann gib's euch nie zurück. Ist doch ein fairer Deal, oder? Genau, seh ich genauso. Noch hier irgendwo. Hm. Gut. Genau, seh ich genauso. Kobalt. Wir haben Kobalt. So, schau ich mich hier noch weiter um. Oh. Ja. Gut, 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 gut. Nicht schleichen. Wir müssen rennen. Geh weg. Na komm, hol mal das Schwert. Holen wir wieder diese Super Pickaxe. Die einiges aushält. Die ist sogar effektiver als der Hammer. Boah. Ja. Also wenn es so weitergeht, kann ich den Hammer bald wieder reparieren. Ne? Wo? Wo bist du? Geh weg. Genau, geh weg. Ich werde mich wiederholen, was ich jetzt gerade verstanden habe. Äh, ja, genau. Aha, erwischt. Ach, das macht doch Spaß, so zu farmen. Genau, da wo das X ist, bin ich eben gestorben. Ähm, ja, ja, die Bronze. Ne, das ist ja Kupfer, kein Bronze. Keine Bronze. Die ist aber auch recht effektiv. Hm, dachte. Naja. So kann man sich irren. Ich dachte, da würde es wieder irgendwo hochgehen, weil die Textur sich verändert hat. Ja, du bist ein bisschen lästig, äh, hier. Ja, du. Ja, genau. Ich weine auch. Ja, alles wird wieder gut. Genau. Wetten, dass, wenn ich jetzt... Warte mal. Das war ja Shift. Nee, wenn ich jetzt da runter... Wenn ich jetzt da runtergehe, dann hasst du mich. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Hier sind wir noch einigermaßen geschützt. Ja, genau. Na. Reaktor. Warum? Jetzt. Bam, 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 bam. Uh. Ja, gleich hast du dich neben mich manövriert. Ich sehe das im letzten Moment. Und bam. Ach, egal. Gut, und dacht die Herren. Alles gut, alles gut. Was ist da hinten blau? Was ist da hinten blau? Ich muss das kontrollieren. Aus dem Weg. Ich bin Fachmann. Aus dem Weg. Ich bin blau. Kommt nicht so gut an, wenn wir das sagen. Das ist da hinten, glaube ich, Feuer. Äh, ja. Äh, okay. Äh, okay. Ja, also, es lohnt sich schon mal hier zu sein, würde ich sagen. Dafür, dass Kobalt angeblich so rar ist, wie man im Internet lesen konnte. Na ja, was die vielleicht... Oh, Draconium. I need it. Was die vielleicht damit meinten, mit rar, dass es vielleicht genauso verteilt ist, wie... Oder ansatzweise so verteilt ist, wie Ressourcen in Minecraft Vanilla. Könnte gemeint sein. Ich weiß es nicht. So, ich setze mir hier mal einen kleinen Reminder, von wo ich kam. Alisaneter ist etwas komplexer. Also, genau. Sag ich auch oft. Yippie. So, hör auf. Geh weg. Na, war klar. Ich springe mitten rein. Nein! Hiervon ein bisschen mitnehmen. Und bitte Daumen drücken, Daumen. Wofür ist die Lava jetzt? Ach, die ist von der anderen Seite gekommen. So, hör auf. Okay, hier ist der Greystone. Gut. Warte mal. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Nicht, dass hier was hochpoppt. Und jetzt Daumen drücken. Daumen drücken. Daumen drücken. Ja. Kinders, Kinders, Kinders. Das war mir jetzt eine Lehre. Für die nächsten fünf Minuten. Gut. Was hole ich mit? Das hole ich mit. Das auf jeden Fall. Das ist das wertvollste. Das hier. Das kann ich gleich so. Verwurscht und wie es ist. Bam. Okay, das war ein bisschen aufregend für mich gerade. Verpeilzockt. Oh, da ist ja Lava. Komm, ich gehe hoch. Ah, ups. Hüppdada, da, da, da. Boah, Kobalt. Ne, ich glaube, das ist echt teilweise so verteilt. Oh, durch uns auch. Wie, ähm, in der Vanilla so manche normale Ressourcen. Nur ist es hier, glaube ich, wesentlich angenehmer abzubauen, als wie in echt. Geht aus. Aus. Ruhe. Oh, die Pickel. Guck mal, was ich schon mit der alles gemacht habe. Richtig, richtig robust. Okay, klar. Ich habe auch mal, äh, von Dimitor das Werkzeug gesehen, was er in, äh, Life in the Woods so ein Time verwendet hat. Klar, meine Pickel ist da ein Witz dagegen, aber es ist ein Anfang. Uh, Draconium, Draconium. I need it. Give it. Okay. Hm, wo ist es denn hin? Nicht so blind. Ah, eigentlich war ich ganz, ganz, ne, ne, ah, egal, komm. Wegen diesem einen Fizzel. Oh, guckt. Dann machen wir das so. I, I. Und los. So, stimmt, das erinnert mich an eine Sache. Das erinnert mich an eine, äh, 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 äh. Eine Sache. Ich war schon mal im Neter. Ich glaube, das war sogar ungefähr diese Stelle. Wohl, nee. Ich hätte das doch nicht abgebaut. Ja, Gast, krieg dich ein. Ja, alles ist... Alles wird gut. Geh weg. Ach, da hinten. Spackst du rum. Kommst du? Nee, kommst nicht. Gut. Dann wollen wir mal versuchen, da runter zu kommen. Denn, äh, ein bisschen Lava wäre auch gut. Äh, und essen vor allen Dingen. Essen. Essen, 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 essen. Gut, gut, gut. Puh, hu, hu. Das geht doch schön runter. Ne, das ist definitiv nicht die Stelle. Und runterspringen werde ich... Werde ich nicht. Da war doch eine Stelle, wo ich einfach runterkam. Ich sollte auf die Anzeige, wenn der Pickaxe sagt... ...warten. Naja, bald kann ich dieses... ...und so abbauen. Gut. Ach, sei ruhig. Ja, hey. Sag ich auch. Ja, sei ruhig. Ich werde es bräunen, ich werde es bräunen, ich werde es bräunen. Oder? Na ja, im Notfall, hier ist grün. Hier kann ich mich drin verstecken. Hahaha. Und dann kommt wer von oben. Bam. So, so. Nein, nein. Ja, ja. Alles wird gut. Hm. Leere Eimer. Ich hab nix gemacht. So kriegt man gute Lava. Ja. Na. 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 Nicht so schnell klicken. The Creeper is behind you. Ja, ich weiß. Ich sollte lieber nicht singen. Und go. Öffnen wir das Ja-Apa-Ei. Und wer weiß, aus welcher Serie das kommt. Das Ja-Apa-Ei. Ja, zu Hause. Zu Hause. Muah. 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 Ja, äh. Nee, da wollte ich nicht hin. Okay, ihr Lieben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. War eine bisschen längere Folge. Beziehungsweise, ja, äh. Farming-Folge. Vielleicht kürze ich ein bisschen. Ich sage euch bis zum nächsten Mal. Und danke. Tschüss. Einer, buddy.